Das ist meine Heimat. Ein kleines, beschauliches Dorf im Herzen Thüringens. Und das? Das ist mein Herrchen. Schaut sich mal wieder alte Bilder an. Ach ja, und das bin ich, Anton. Ja gut, damals war ich noch ein paar Jahre jünger. In meiner Jugend habe ich kein Spiel ausgelassen. Es gab keine Katze, die vor mir sicher war. Und keinen Ball, dem ich nicht hinterherrennen musste. Vielleicht wurde das mein Verhängnis. Zweifacher Muskelabriss an den Vorder- und Hinterläufen. Mehrere Operationen, die ich über mich ergehen lassen musste. Ich war am Ende, am Boden zerstört. Ich habe die Welt verflucht, lag wochenlang auf meiner Decke, ohne mich zu bewegen, und war dabei, mich selbst aufzugeben. Doch irgendwann scheint einem die Sonne mitten ins Gesicht. Mit meinem Kumpel Drago an der Seite, viel Zeit und der Liebe meiner Freunde, wurde es mit jedem Tag ein Stückchen besser. Nun bin ich ein alter Mann. Ich kann immer noch nicht richtig laufen und der Alltag fällt mir schwer. Doch mit meinen täglichen Aufgaben hier auf dem Bauernhof, der Motivation meiner Liebsten und dem wiedererlangten Lebenswillen, wurden aus vier Pfoten und zwei Beinen am Ende ein Herz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017